Sie haben es geschafft. Sie haben jetzt alle Lektionen mit den dazugehörigen Videos zum Thema Naturgefahren, Naturrisiken, Katastrophen erfolgreich bearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Im Namen aller Vortragenden und Beteiligten hoffe ich, dass Sie bisher Bekanntes vielleicht jetzt in einem neuen Licht sehen, dass Sie die eine oder andere Perspektive neu dazugelernt haben, dass Sie jetzt diesbezügliche Informationen anders einordnen und kritisch hinterfragen können. Aufbauend auf die verschiedenen Naturgefahren der Lektion 1 wurde Ihnen die Wechselwirkung dieser Naturprozesse auch im Hinblick auf extreme Ereignisse in der Lektion 2 vertiefend vermittelt. In der Lektion 3 erhielten Sie dann über die Themen der Vulnerabilität und Resilienz einen vertiefenden sozialwissenschaftlichen Zugang. Die Lektion 4 widmete sich anschließend dem Katastrophenmanagement und hob die Bedeutung der Prävention hervor, also nicht nur bestmöglich aufgestellt zu sein, um im Falle einer Katastrophe adäquat reagieren zu können und diese zu bewältigen, sondern auch sich vorsorgend Gedanken über potenzielle Effekte zu machen und Strategien präventiv festzulegen, eben damit sich solche Schadensereignisse entweder gar nicht mehr wiederholen oder mindestens die Konsequenzen weitestgehend minimiert werden können. In der letzten und fünften Lektion wurde dann der Zugang der Risiko-Governance umfassend präsentiert, von dessen Entwicklung bis zum heutigen Stand. Ein Konzept, dem nach meiner Einschätzung in der Zukunft eine immer größere Rolle zukommen wird. Selbstverständlich konnten wir nur einzelne inhaltliche Schwerpunkte darlegen. Jedes einzelne Thema eignet sich zu einem eigenen Muck. Und selbstverständlich gilt es zu beachten, dass sich das alles in einer konstanten Weiterentwicklung befindet. Aber die Basisinformationen sind gelegt. Wenn Sie neueste Entwicklungen in diesem Bereich interessieren, dann seien Sie auf das 15 ECTS umfassende Erweiterungskurriculum Naturgefahren, Verwundbarkeit und Katastrophen verwiesen, das an der Universität Wien am Institut für Geografie und Regionalforschung in jedem Wintersemester im Rahmen des Bachelorstudiums Geografie neu beginnt. Dort erhalten Sie vertiefende Einblicke in die jeweils aktuellsten Hintergrundinformationen zu diesen Themen und Forschungskomplexen. Im Sommersemester berichten dann eingeladene Expertinnen aus den verschiedenen Fachbereichen eine Ringvorlesung im zweiten Modulteil über aktuellste Studien. Und im dritten Modulteil können dann verschiedene individuelle Schwerpunkte gelegt werden. Falls Sie bereits im Berufsleben stehen und sich in diesem Themenbereich vertiefend weiterbilden möchten, dann darf ich Sie auf den postgradualen berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster ÖRISC Risikoprävention und Katastrophenmanagement mit einem Umfang von 120 ECTS hinweisen. Einzelne Teile dieses Masterkurses können auch in Form von Zertifikatskursen absolviert werden. Oder Sie streben einen Expertenabschluss an, der einen Umfang von 60 ECTS vorsieht. Alle Weiterbildungsoptionen werden am Postgraduzenter der Universität Wien angeboten. Detailinformationen finden Sie auf der Webseite örisk.at Und wenn Ihnen der MOOC gefallen hat, dann seien Sie auch eingeladen, den MOOC Klimo zum Thema Klimawandel zu absolvieren. Auch dieser steht Ihnen auf der amux.at-Plattform unentgeltlich zur Verfügung. Der Klimawandel mit den verschiedenen Facetten spielt natürlich auch in Bezug auf Naturgefahr, Naturrisiken, Katastrophen eine sehr große Rolle. Insofern ergeben sich sehr viele Synergien. Und falls Sie neugierig geworden sind, gibt es Details hier auf imox.at Und final, wenn Sie auch Interesse an entsprechender Forschung an unserer Universität und am IFGR, dem Institut für Geografie und Regionalforschung, bekommen haben, seien Sie auf die Webseiten der in diesem MOOC beteiligten Forschungsgruppen verwiesen. Die Arbeitsgruppe Bevölkerung, Umwelt und Entwicklung, geleitet von Prof. Patrick Saktapolrak, die Arbeitsgruppe Urban Studies von Prof. Kerstin Krellenberg und die von mir geführte Arbeitsgruppe Engage, Geomorphologisches System- und Risikoforschung. Wir arbeiten alle in unterschiedlichen Richtungen und Dimensionen an der Thematik Naturgefahren, Naturrisiken und Katastrophen. Einiges wurde ja in diesem MOOC NUTCAD präsentiert. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Sie sehen, es existieren vielfältige Möglichkeiten, sich dieser Thematik zu widmen. Es freut uns, dass Sie den MOOC NUTCAD absolvierten. Aber es ist klar, dass dies nur ein Einstieg in die Thematik sein kann. Das soll aber keinesfalls Ihre Leistung mindern. Wie auch immer Sie weitermachen, auch wenn Sie sagen, das war es zuerst mal. Es hat uns viel Freude gemacht, diesen MOOC zu planen und zu gestalten, die Videos aufzunehmen und Ihnen final alles zu präsentieren. Alles Gute für Sie.